hallo da hallo da bin ich wieder meine stimme war gerade etwas komisch hallo da bin ich wieder in machine machine weiß ich nicht wie es ausgesprochen wird city escape so das letzte mal habe ich ja generatorraum und kanalisation gespielt jetzt mache ich düstere gasse und gewächshaus spielen die straße ist mit runtergefallenen steinen blockiert der einzigst mögliche ausgang ist der durch die metall tür du musst dich beeilen so schaufeln ihr wisst ja ich kenne mich in dem spiel schon aus da gibt es ja schöne sachen zusammen eins ist ein pfeil nach gerade und ein pfeil nach rechts ach so das kann ich nicht bedienen pfeil gerade und pfeil nach rechts genau zwei ist pfeile in vier richtungen drei ist drei pfeile in eine richtung vier ist zwei pfeile die in zwei verschiedene richtungen gehen und die fünf ist so ein komisches ding korrekt super und jetzt was musste ich jetzt noch ja da war noch was in dem hauseingang war noch was okay das werde ich wohl auch gebrauchen kann irgendwas war da mit dem seil genau genau super jetzt wie lasse ich das ding jetzt fahren hatte ich schon ja das hatte ich doch alles schon ja wie kriege ich das ding jetzt an ach ja okay wollen die mich verarschen irgendwie muss ich es hinkriegen die alle da dran zu schließen oh es klappt und jetzt jetzt fällt es los und das geht er wird hochgezogen super ich bewerte das spiel nicht so und ab ins gewächshaus du musst clever sein um aus dem botanischen garten zu entkommen und den stadtplatz zu erreichen super genau das weiß ich auch noch ja korrekt so oder nee moment ja das kommt ganz unten rein so und ich musste jetzt alle gerade da hinstellen so das ist schon mal gerade ja wie kriege ich die vier jetzt aber hin hm das ist jetzt doof das ist blöd richtig blöd die vier ist richtig rum jetzt hm die vier tue ich mal ganz unten hin die drei ist auch noch richtig rum aber jetzt muss ich die zwei wieder richtig rum kriegen das ist ja echt das ist echt gar nicht so einfach das ist sogar saukompliziert rückgängig so wie mache ich das erstmal muss ich die ja irgendwie in die richtige rein folge ja genau zack 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 genau jetzt habe ich es super perfekt hier hinten wieder so ein kniffel ding korrekt das ist das eklisch so vielleicht einfach graune zitrone so perfekt ja genau und mit dem kann ich das jetzt aufmachen super bin draußen in meinem nächsten video kommt jetzt die innenstadt bis zu meinem nächsten video bei alexo xy vielen dank fürs ansehen das nächste video wird bald kommen ja 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 ja